Es ist halt kacke, wenn wir gebumst werden, aber es ist best, best, doch best of seven ist es, beziehungsweise Verlängerung. Der einzige Grund, warum ich Unranked spielen wollte, ist für diese Map. Welche Map ist das? Wem bannen wir? Jakal? 11. Hä, welche Map ist das? Abschau. Kanal. Kanal. Für dich, oder war das jetzt? Ja, das war genau die Map, die ich haben wollte. Und bitte Kev-Bann. Werden auch Blitz bannen können, aber die bannen bestimmt Blitz. Ja, Blitz ist eigentlich gar nicht so ein Problem. Ne, wir bannen nicht Kev, wir bannen Clash. Ja, wenn Chris Clash spielen will, dann nicht. Okay. Wir verteidigen zuerst. Wird sie ja eigentlich anbieten, ne? Ja, ich würde sagen, wir lassen das bei denen. Also ich wäre eher für so ein Echo- oder Myra-Bann. Ja, deswegen... Echo oder Myra? Echo. Ja, weil Echo hindert dich am planten und Myra, wenn ne gute Myra fickt dich auch richtig weg, weil die halt viel zu viel... Ja. Ah, guck mal, da haben sie schon Clash. Ich bin auch für Echo. Ja, dann Echo. Ich wäre, ja. Echo. Echo fresh. Ich bin für Oryx, oder für Warmei, oder für Goyo, oder für Warden, oder für Mossy. Ich bin Mossy. Ich bin dafür, dass wir Castle bannen. Castle, ja. Schade. Das ist, das ist nicht wie bei One4All, wo dann, ähm... Ja, wo, wo vier Leute ein Chating haben und dann kommt trotzdem der andere dran, Alter. Da kommt der andere mit Timo, Alter. Ey, Demokratie, sein Vater war da unterwegs. Bei White gibt's keinen. Ich bin für Keller. Ähm, Wollen wir jetzt schon Keller? Wollen wir endlich auf das, was am besten ist, direkt als erstes? Um die zu demütigen, oder sagen wir so, wir probieren erstmal die Scheißräume. Ich bin für... Und... Ja, lass mal Map Room. Oder Server? Ja, aber Map... Lass Server. Server, Server ist besser. Äh, was pick ich denn? Äh, Bandit. Jetzt am besten Sachen spielen, die man kann, ne? Ja. Aber ich kann gar nichts, also ist okay. Also ich spiel only Deutsch jetzt. Only Deutsch plus Vigil. Richtiger... Richtiger Bandit. Richtiger Lass. Hättest du mich mal... Hättest du mich mal gestern, äh, im... In League sehen sollen. Da war ein Franzose und, äh... Der war nicht lange da. Der wurde... Der wurde... Der wurde ein bisschen gekämmt. Protect the barn. Rettet wurde er neu gemacht. Ja. Obwohl... Äh, Chris? Ja? Mach das... Mach das... Äh, ähm... Genau, daneben. Wer hält das da? Sven, äh... Ja? Was denn? Ja, alles gut. Baby, hier noch ein Rotation zu haben, bitte. Jo. Alles. Willen wir hier noch ein Reinforcements haben? Wo? Nehmen hier. Server ganz im Osten. Hat jemand noch Reinforcements? Eins. Nein, das sind alle... Nein, das sind alle... Glass? Hält das jemand, äh, äh, da beim Eingang? Hey, Didi, lass den pushen, ich hab da ne Cam, ich kann dir Bescheid sagen. Okay. Ja, dann geh doch von der Treppe weg. Ne, ich halt nie... Achso, achso, du hast da. Ja, guck mal, hoch die Ecke. Kibana? Wo? Weiß nicht. Ja, die pusht hier im Serverraum. Ja, die macht diese Strat, die ich beim Macy Jay gesehen hab, weil da... Was ist das? Da kannst du relativ gut reingucken, aber das ist egal. Weißt du, was ich mein, Chris? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Didi, ich glaub, da kommt er gleich rechts bei dir um die Ecke, ich bin mir aber nicht sicher. Fenster ist auf. Ja, einfach halten, vorsichtig sein. Ich glaub, die Drohnen, er hat die Drohnen. Haben wir dich nicht gesehen. Uwe, da kommen die Drohnen zu dir? Ja. Ne, da kommt, ähm... Achtung! Johanna Dubl? Johanna Dubl, genau. Der erst hat mich gepiekt. Warum der mich töten konnte, wurde er war. Nein, Alter, ich hab sie nicht gekriegt. Johanna ist da draußen. Ähm, hier... Chris, weißt du, wo ich gehalten habe, wo du das noch gemacht hast? Ja, ich weiß. Nice try. Vorsichtig da. Ist der schon tot? Ne. Da ist die Dings draußen. Wie heißt die? Sollte nicht auf seinem Spot sein. Gridlock. Gridlock, Kids. Schieß drauf, schieß drauf, schieß drauf! Nein! Gridlock im Osten, Serverraum draußen auf dem Gang an der Treppe. Half-Life. Ich kann sagen, wer die in den Serverraum reingeht. Ich hab da ne Cam. Die ist im Serverraum drinnen. Ganz an der Wand. Einer ist drin. Die Planted, Chris. Die Planted, die ist rechts hinterm Schreibtisch. Die Planted, die ist rechts hinterm Schreibtisch. So, was? Planted. Ich ping sie. On ping, on ping. Nicht mehr. Kommt in die Mitte hinter der Bombe. Kommt jetzt links von dir an der Bombe vorbei. Jetzt. Lauber, Chris! Ah, nice! Boah, Alter, diese Calls. Nice, danke. Nice Calls. Nice. Nice. Schöne Runde, Jungs. Ich würd sagen, der Rennen wird gekickt, oder? Ich glaub, bei Unranked kommt aber keiner nach. Ja, deswegen lassen wir lieber lassen. So, dann lassen wir jetzt Keller. Ja, jetzt können wir... Jetzt haben wir dir gezeigt, was wir können, und dann können wir auch Scheiße bauen. Kann ich nicht MP7 Black-Eis haben? Kann ich ja einmal haben. Krieg ich denn. Aber ich will nicht dran, und ihr jetzt schon habt das auch geil. Ich glaub, ich geh Dock, wenn wir unten sind. Kann man ein bisschen... Ich glaub, da troll ich aber nicht mit dem Revolver rein als Zweitwaffe. Ich find den Revolver gar nicht toll. Uwe, auf der Ella! Ich kann ihn einfach nicht. Er ist mit diesem übel geiler Ella-Spot. Hier, nice. Ich setz eine Bulletproof-Camera Richtung Nordstairs. Ja, perfekt. Dann haben wir den Raum abgesetzt. Ich hab da hinten eine Kamera. Was? Hat wer Diploidy Shield für mich? Ja. Ich hab grad... Äh, da. In der Tür bitte. Da kann ich nämlich hier... ...arbeiten. Wir hatten auch echt Glück, also ohne Witz letzte Runde, dass das Zeit nimmt, dass sie die Minute weniger haben. Ich glaub, hätten die mehr Zeit gehabt, hätten die das runter gespielen können. Die waren nun ein bisschen im Stress. Du stellst meine dritte... Du stellst meine dritte... Du stellst meine dritte... ...dings hin. Hier, Didi! Ja? Schnell! Da, Fenster. Unping. Oh, Alter! Was ist das für ein Recoil? Ja, die hat ja... Richtig. Recoil. Ach, hast du... Geh voll. Was hast du drauf? Hast du Holo drauf? Ne. New Feed activated. Reflex. Hm. Ja, gut. Ey, Didi, pass auf, ich tu da noch in der Bläufe. Gut. Die sind beim Kellereingang. Nice. Bei der Treppe. Ja. Oh! Bless! Er ist hier am Fenster. Also... Aufpassen, ne, Sven. Sven, Vorsicht, über dir ist ein Hedge. Nicht, dass du dich jetzt dahin liegst. Leg dich am besten in den kleinen Raum da. Geh in die Camps, Didi. Ja, Didi, ich seh am... Irgendwo ist der Ellermine? Der ist runtergedroppt. Buck ist runtergedroppt. Mehr hab ich nicht gesehen. Bei der Treppe. Ne, bei den... Bei den... Bei der Leiter. Duschen. Ja. Ich weiß nicht, wo der rauskommt. Der kann jetzt entweder Bathroom oder... Hier. Buck mal hin... Ah, sorry. Ja, ich hab... Wo ist der? Der ist Bathroom hoch. Die... Die ist... Bathroom. Bathroom ist... Südosten. Südosten. Was? Wie hat der mich... Wie hat der mich so schnell... ...gekriegt? Headshot. Okay, der Leech ist absolut useless. Weißt du, der sieht mich für Jahre. Ich seh den... So eine Siegende. Geh wieder an die Camps. Nice. Hu! Sauberkurs. Auf einmal kamen da beide, Alter. Ich hab gehört, dass er unten lang rennt. Ich wusste, dass Buck da ist, aber... Ey, warum kann ich denn nicht in den Camps? Der hat dann perfekt ne Camps für. Ne Camps für. Ne Camps für. Ja, ehrlich mal. Die sind richtig gut, meine Camps gerade. Ich bin grad gestorben. Ab wann wird ein neuer Raum gelockt? Also, ab wann dürfen wir wieder... Ähm... Gar nicht. Gar nicht? Erst wenn wir wieder... Wenn nochmal gewechselt wurde. Genau. Sollt ihr haben. Aber lass mal Sicherheitsraum. Ich bin... Ich bin... Ja... Genau. Fühl ich mich auch ein bisschen wohler. Da seh ich mich. Muss ich auch mal was reißen. Jetzt will ich auch mal anfangen zu spielen. Mach mal die Hose auf und zieh mal feste dran. Äh? Also... Ja, dann reißt er was, aber... Ja, er wollte doch was reißen. Ja, er wollte mir nichts reißen. Mir nichts, dir nichts. Wem tust du damit schon was Gutes. Ich hab keinen Shotgun. Ich hab keinen Shotgun. Ich hab keinen Shotgun. Ja, ich geh mal ein bisschen Richtung Support. Ähm... Was meint ihr? Bulletproof Camp? Eher... Eher Richtung... Also eher hier den Gang? Also so? Also... Da lang? Oder... Nee, ich mach... Ich mach Bulletproof Cam. Nee, alles gut. Ich mach die Bulletproof Cam hier am Ende des Ganges. Ich will actually die dort machen. Ja, das ist der Plan. Die haben... Die haben ne Twitch... Ist... ist egal. Die macht nur noch einen Schaden. Ich hab die Twitch-Drohne, aber... Ich hab noch Reeforstens. Brauchen wir noch irgendwas? Äh... Hier draußen kannst du was Reeforsten. Ich geh nach oben. Mal sehen, ob ich da was reißen kann. Willst du über Green Stairs hochgehen? Ja, Uwe, ich hab da ne Cam. Von wo? Äh... Der hat mich einfach gewarbangt. Äh... Südosten. Außerhalb. Die sind davor. Ey Chris, ich bin da an der Cam. Die kommen. Die kommen glaube ich durch den Gang da rein. Die sind oben drin? Ja. Oben rein. Ich hab auch ne Cam für Green Stairs, aber ich glaub die kriegen die. Unlucky. Sehst du die Fallen? Ja, Didi, da ist keiner auf den Stairs. Haben wir da eine Jana? Ja, auf dem Vordach. Jana? Du hör, ich hab die Cam, ich hab die Cam. Welche? Wo du gerade drauf bist. Ah, okay. Deswegen gehen wir aus den Camps raus, wir brauchen das. Aufpassen. Nice, Didi. Einer ist oben noch. Oh, ne, obere. Jana. Didi, einer ist oben, on ping jetzt. Leider, Jana ist im Server-Room. Der ist vielleicht hier noch. Morg for, ähm, Museum. Museum, da der, ähm, Ballway. Die Tür nach draußen. Du hättest ja eventuell noch die, die Monitor hier kaputt schließen müssen. Ich mein, ich glaub, die kommen aber gar nicht. Hi, Peter. Einer ist bei Red Stairs, Chris. Also, Jana kommt Red Stairs, oder? Da sind zwei, einer ist unten, einer oben. Wie gesagt, ähm, ich muss halt gucken, wie das dann mit was immer mit der, ähm, nette Verkehr ist. Aber... Nice, Jana ist auf den Stairs noch. Auf welchen? Green oder Red? Red, Red, Red. Die ist auf der oberen Treppe, also auf der oberen Treppe links. Die kommt andersrum, Green Stairs. Ja, ey, da ist doch ne Cam, Uwe. Du hast gesagt, du bist auf der. Die ist da aus Südosten. Uwe ist, glaub ich, grad auf, ja. Der ist grad am Telefonieren, der wird grad angerufen. Naja, wir haben jetzt ein Glück gewonnen. Krass, schon mad, Freund. Ich bin grad irgendwie viel zu hart am Tryharden, glaub ich. Ich, die Schwitzer wären, als wenn irgendwer auf Kali, Twitch oder auf Firmites geht. Twitch? Bist du auf Firmites? Äh, Kali, Twitch oder Thatcher? Ich kann nicht Fetcher gehen. Weil wegen Dingsbums und so. Wegen, ja. Wegen Stress und so. Wegen... Wegen, weil ich von Straße komme und so. Weißt du, wie frei ist und so und so. Und wenn ich sage und so, dann meine ich auch und so. Und so und so. Und dann ist auch und so. Und dann und so und so und so. Und halt auch und so. War das grad ein Schnarcher? Nein. Aggression. So viel und so und so und so und so. Finger im Po, Mexiko und so und so. Hä, Didi? Hä, Sven? Was? Hey. Was war das eigentlich für ein Video, was du mir geschickt hast mit der Sweet Home Alabama Flagge? Das war ja ultra witzig. Das war Zoom, da kann man ja so Hintergründe machen. Wusste ich gar nicht. Fand ich cool. War funny. Aber nicht witzig. Ich geh von Osten aus. Ja, diesen Server Room und äh. Das andere. Ne? Hm? Ich weiß auch nicht wie es heißt. So, ich stehe vor der Bombe. Radar. Radar, Alter. Ich stehe vor der Bombe. Ja, drück einmal Q und einmal E. Zack, zack. Ah, lol. Wir kannte ich noch nicht. Die haben eine Alibi. E, Q klappt auch. Uwe's Drohne ist bei mir außerhalb der Map? Ja, bei mir auch. Das ist schon über mehrere Games so. Hatte ich heute aber auch, Dixpops. Meine Drohne ist einfach runtergefallen unter die Map auf Villa. Aber nein, nein, nein. Das ist bei mir immer bei Uwe's Drohne so. Ach so? Nein, nein, nein. Bei mir ist meine Drohne runtergefallen und irgendwann stand dann da 3000 Meter vom Objektiv entfernt. Hey, Chris, wo willst du reingehen? Äh, wir sind halt in... Was da? In Firman und Thatcher. Was denkst du, wo ich reingehen will? Ja, ich weiß. Komm, ja. Sorry, ich war gerade am Telefonieren. Kein Stress, Bruder. Ach, ich wollte gerade stehen bleiben. Didi. Ja. Mach mal Granate. Musste ich die hier reinwerfen eigentlich? Nein, da. Vor. Okay. Wir spielen nie Fetscheiß für mich. Alter, ich hab irgendwie... Ich hab 50 Punkte dafür gekriegt. Nein. Doch. Vorsicht. Und los. Ich hab den Mute. Nice. Ich hab dafür ein Assist bekommen. Ich hab Diffuser, also... Close, close, close rechts. Seh ich nicht. Nice, Uwe. Hat wer Smokes oder so? Nein. Okay, ich geh rein und planten. Planting. War ich? Ist geplantet. Ich go Green Stairs. Ist ein Maestro. Ist ein Maestro. Glaube ich, oder? Ja. Ne, Alibi ist die letzte. Ich decke New Tunnel ab. Vorsicht hinter dir. Ich decke Green Stairs. Nice. Sauber. Alter, Mann. Was war das bitte? Yo, guckt euch mal bisschen die Killcam an. Guckt euch mal bisschen die Killcam an. Die hab mich nicht erschrocken. Du hast kein Visier. Ah, jetzt ist das. Und dann... Alter, die kam ja nicht um die Ecke gebrettert. Ja, eben. Deswegen, ja. Fearspeed. Alter, floh, das liegt, du. Wir sind es einfach. Wuhuuu. Was? Alter, Chris. Und dann so ne Animation. Kacke ist, fuck! Der Die. Ja easy, Jungs, wir sind es einfach. Alter, du kriegst so viel Scheiße. Holy Shit. Ich habe 420 Renown bekommen. Ich habe 800 bekommen. Ich hab 700 bekommen. Teammate Booster, Season Pass und Booster. Bei Bonus. bleib. Peck. Nein, Booster, Team Booster, Season Pass. Ich hab 3460, ich hab mit 3460 immer noch 400. kein Peck. Aber jetzt krieg ich 3% plus. Easy. Noch ein Unranked? Mir ist doch egal. Ich hab noch 20 Minuten.